Willkommen im Artreich, ich bin Florian Sandmann und dies ist das zweite Video aus der Reihe Das Excel Seminar. Heute geht es unter anderem darum, wie sich die Schriftgröße automatisch der Zellgröße anpassen kann. Viel Spaß dabei! So, wir sind in Excel angekommen und wollen nun Text in eine Zelle schreiben. Ich bin ein langer Beispiel Text und dann werden wir natürlich feststellen, dass hier die Zelle irgendwie zu klein für den Text ist. Solange in der Zelle danach nichts drin steht, ist das ja kein Problem. Das heißt, wenn ich das Ganze später mal ausdrucke oder was auch immer, werde ich da also keine Schwierigkeiten haben. Das wird nicht irgendwie abgeschnitten oder so. Das passt schon. Sollte natürlich in der darauffolgenden Zelle etwas drinstehen, dann beginnen die Probleme und dann wird das Ganze hier entsprechend abgeschnitten. Ja, was kann man jetzt machen? Eine Möglichkeit wäre natürlich, sich kurz fassen. Das heißt also hier einfach nur eine kurze Abkürzung oder irgendwas reinzuschreiben. Oder aber ich muss entweder die Spalte breiter kriegen. Das heißt, ich gehe hier oben mit dem Mauszeiger zwischen die beiden Spaltenköpfe, bis ich diesen Pfeil da in beide Richtungen kriege und ziehe das dann halt so breit, dass es reinpasst. Eine andere Möglichkeit wäre auch, einen Doppelklick hier auf die Spalte zu machen. Dann würde er sich die gesamte Spalte angucken und würde sich dann an dem längsten Inhalt orientieren und so dann die sogenannte optimale Breite einstellen. Ja, ob ich es nun ziehe oder doppelklicke, auf jeden Fall wird die Spalte dadurch breiter. Das heißt, auch dieses Spiel kann ich nicht unbegrenzt fortsetzen, weil irgendwann habe ich dann nur noch eine Spalte auf dem Bildschirm. Das heißt also, manchmal lässt man daneben was frei, manchmal kürzt man es ab, manchmal macht man es ein bisschen breiter. Eine weitere Möglichkeit wäre dann noch der Textumbruch oder in den älteren Versionen heißt es manchmal auch Zeilenumbruch. Das heißt, ich gehe auf die Zelle drauf, die offensichtlich zu schmal für den Text ist und gehe dann auf Textumbruch. Sollte die Zelle nicht zu schmal sein, dann sehe ich auch nichts von dem Textumbruch. Das heißt, die Zelle muss also tatsächlich auch einen Grund haben, den Text hier umzubrechen und dann funktioniert das auch. Und dann kann ich es auch durch erneutes Anklicken wieder ausschalten. Das heißt, ich gehe einfach nochmal drauf und sage, nö, möchte ich, möchte ich nicht mehr und so kann ich das Ganze ein- und ausschalten. Ja, ansonsten gibt es noch einen weiteren Trick, das ist vielleicht schon ein bisschen was für die Fortgeschrittenen. Man kann auch noch das Format der Zelle so anpassen, dass sie den Text vergrößert und verkleinert, halt immer so, dass es in die Zelle reinpasst. Ich könnte natürlich pauschal hier oben hingehen und könnte so versuchen, zum Beispiel die Schriftgröße entsprechend klein zu machen, bis es halt irgendwie da reinpasst. Aber dann müsste ich es ja für jede Zelle, für jeden Text immer händisch machen, also kann ich das auch als Grundeinstellung nehmen. Um da ranzukommen, klicke ich entweder die Zelle, um die es geht, mit der rechten Maustaste an, sodass ich hier an Zellenformatieren rankomme, oder ich gehe hier auf dem Startreiter bei Schriftart auf die kleine Ecke, sodass man halt entsprechend hier rankommt. Die Einstellung, um die es geht, befindet sich dann auf dem Reiter Ausrichtung. Hier sind ja mehrere Reiter oben drüber und der, den wir haben wollen, der ist hier die Ausrichtung. Und da gibt es dann eben dieses Häkchen an Zellgröße anpassen. Und dann wird immer der Text in der Zelle so angepasst, dass er in die Zelle hineinpasst. Er wird jedoch nicht größer als die eingestellte Schrift. Wenn ich also sage, Schriftgröße 12 reicht mir und es passt mit Schriftgröße 12 da rein, dann würde es nicht größer werden, auch wenn hier noch mehr Platz ist. Wird es jetzt jedoch kleiner, dann passt er das Ganze entsprechend an. Das heißt, es wird nicht abgeschnitten, es wird nicht umgebrochen oder was auch immer. Ich kann es zu jeder Zeit lesen. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man es zum Beispiel irgendwo mit einem Datum zu tun hat. Ich drücke mal STRG-Punkt, STRG-Punkt setzt das aktuelle Datum ein oder ich schreibe einfach mal eine Zahl hier rein oder ähnliches. Und da habe ich dann nämlich auch das Problem, wenn Spalten zu schmal werden, dann werden hier halt nur noch Rauten angezeigt und nicht mehr die Inhalte. Und auch hier kann dann natürlich so eine Formatierung Wunder wirken, wenn ich hier also hingehe, Zellen formatieren, Ausrichtung an Zellgröße anpassen. Dann würde das Ganze nämlich nicht in diese Rauten gesetzt werden, sondern es würde einfach verkleinert werden. Nicht, dass man es dann noch besonders gut lesen könnte oder so, aber auf jeden Fall vermeide ich auf diese Weise, dass da entsprechende Rauten angezeigt werden. Das heißt, der Inhalt bleibt jederzeit lesbar. So, bis hierhin erstmal. Ich hoffe, es war wieder was dabei. Das nächste Video ist schon in Arbeit. Bis dahin!